Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienanalyse auf dem FinanzWG-Kanal. Wir werden uns heute mal das Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic anschauen, denn jeder von euch hat das sicher mitbekommen, der Milliardär Richard Branson, der in diesem Unternehmen auch als Chairman agiert, ist damit, ich glaube jetzt vor einem oder vor zwei Tagen, vor einem Tag, wenn ihr das Video seht, vor zwei Tagen, also am Sonntag, mit ins All geflogen, als erster von diesem Billion-Dollar-Race, sage ich jetzt mal, von diesem Space-Race, der sich da gebildet hat zwischen Elon Musk, Jeff Bezos und anderen Milliardären, wer als erstes da mal ins All reist. Ja, ich sage euch mal kurz, um was das Video heute geht, also was wir uns heute genau anschauen werden, und zwar als erstes natürlich Übersicht, Zahlen und Chartanalyse, wie immer, danach die Produkte von denen und die Segmenten, die sie ein bisschen aufgeteilt haben. Sie haben jetzt nicht so Umsatz-Nachsegmenten aufgeteilt oder sowas, sie haben einfach zwei Bereiche oder zwei verschiedene Kategorien, sage ich jetzt mal, dann die aktuellen News und zuletzt das Fazit. Ja, als erstes natürlich, das Unternehmen wurde im Jahr 2004 gegründet, ist ein US-amerikanisches Unternehmen, gehört zu einem Virgin-Konzern oder Galactic-Konzern, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber es geht hier ja auch um diese Firma speziell, und die sitzt in Las Cruces in New Mexico, USA. Ja, der Chairman ist Richard Branson, ich habe jetzt einfach mal nur den Chairman Richard Branson genannt, weil das ja auch jetzt gerade dieses Thema mit den News auch war, Richard Branson, und jetzt hier nicht irgendein CEO von der Firma, sondern man hat ja das hier mitbekommen, und es geht quasi beim Unternehmen um orbitale, aber auch suborbitale Raumflüge für Touristen, wissenschaftliche Missionen, aber auch beispielsweise für Astronautentrainings. Ja, als nächstes erstmal zu den Zahlen, die Marktkapitalisierung beträgt momentan etwa 11,8 Milliarden US-Dollar, einen Umsatz gab es im Jahr 2020 gar nicht, und im Jahr 2020 wurde ein Gewinn, beziehungsweise ein Verlust in Höhe von 273 Millionen Dollar gemacht. Zum Umsatz muss man auch noch sagen, hier wurde 2018 und 2019 ein ziemlich geringer Umsatz gemacht, von 2 bis 3 Millionen US-Dollar, werden dann wahrscheinlich einfach Forschungsgelder gewesen sein, ist nichts Wesentliches, sie haben kein operatives Geschäft, eigentlich bis jetzt nur Research and Development, und 2020 gab es halt gar keinen Umsatz. Der Verlust, beziehungsweise Gewinn, aber in diesem Fall Verlust, sieht hier etwas anders aus. 2018 gab es etwa 138 Millionen Dollar Umsatz, minus 138 Millionen Dollar Gewinn, so, also Verlust, 138 Millionen Dollar Verlust. Und dann im Jahr 2019 gab es etwa 211 Millionen Dollar Verlust, und im Jahr 2020 dann, wie eben schon erwähnt, 270 Millionen Dollar Verlust. Ja, dann kommen wir auch hier direkt mal zu dem Chart des Unternehmens, und ich habe da schon mal etwas Kleines eingezeichnet. Ist jetzt nicht so valide, aber das war das Einzige, was ich gefunden habe, und zwar diese Trendlinie hier unten. Ist eigentlich schon ziemlich oft bestätigt, wurde hier öfter retestet, ist dann hier einmal kurz durchbrochen im April, und ist jetzt aber wieder nach oben geschossen hier seit Mitte Mai. Der Kurs, hier ordentlich Kursgewinne gehabt, hier 15 Euro, beziehungsweise bei 15 Dollar gewesen, sogar fast bei 14 Dollar, und dann hier Spitze oben wieder bei 56 Dollar, also wieder 3x gemacht, das ist natürlich schon ziemlich stark. Alles in allem haben wir hier auch einen Long Pattern, das wird aber natürlich nur ausbrechen, wenn es dementsprechende News gibt bei dieser Aktie. Ist natürlich immer etwas schwierig bei so einer kleinen Firma, die noch keinen Umsatz, keinen Gewinn macht, da ist das alles noch nicht so wirklich abhängig, und noch nicht so wirklich, ich sage jetzt einfach mal authentisch, weil wenn natürlich ein VW beispielsweise eine starke Chartentwicklung hat, dann liegt das natürlich an News, aber auch daran, dass VW halt einfach schon seit 40 Jahren schwarze Zahlen schreibt, und bei diesem Unternehmen ist das halt alles relativ, da ist ein Pump eigentlich mehr oder weniger nur daran festzumachen, was jetzt momentan für eine News geschieht, was eventuell dort sogar der Milliardär macht, der mit einem Unternehmen beteiligt ist, oder sonst noch irgendwelche Dinge, aber man muss auf jeden Fall sagen, wir sind hier das zweite Mal über diese Linie jetzt hier wieder drüber, heute auch etwas weniger, ich würde sagen, ein Selden News hat heute stattgefunden, minus 15% fast, zwischenzeitlich, heute Morgen habe ich geguckt, war die Aktie noch plus 6% vorbörslich, und ist dann doch so stark gesunken, also es handelte sich hier schon definitiv um ein Selden News, jetzt auch wieder am Handelstag, nachdem dann gestern dieser Weltraumflug dort stattgefunden hat. Als nächstes würde ich sagen, schauen wir uns mal die Aktionärsstruktur an, da ist eigentlich nicht sonderlich viel besonders, hier sind ein paar Kapitalgesellschaften, der Free Float, die Kapitalgesellschaften, wie ihr unten auch schon lesen könnt, damit sich hier keiner wundert, warum das hier viel mehr als 100% sind, sind dort mit eingerechnet, wahrscheinlich wirklich diese ganzen Positionen sind dort mit eingerechnet, weil 69 und 23 zusammen sind ja schon fast 100, also es sind 96%, 95%, und was hier halt richtig wichtig ist, ist Sir Richard Branson, wie gesagt eben schon hier mit fast 24% am Unternehmen beteiligt, also schon einen Großteil des Unternehmens, kann man dann überlegen, 25% sind fast ein Viertel, dementsprechend besitzt er ein Viertel von 11,8, fast 12 Milliarden, also etwa 3 Milliarden Dollar am Unternehmen. Als nächstes würde ich sagen, kommen wir zu den Produkten, und da ist natürlich ganz klar, Produkte, sie bieten Raumfahrten an, und dazu haben sie erstmal im Juni 2021, also letzten Monat, eine Lizenz erworben, und zwar für den Personentransport, das bedeutet, dass sie einfach Touristen, sage ich jetzt einfach mal, ins All transportieren dürfen, diese Lizenz haben sie erhalten. Was natürlich ganz wichtig ist, ist, dass sie noch keinen Umsatz gemacht haben, und dahingehend, beziehungsweise im Zuge dessen, auch natürlich noch kein operatives Geschäft gemacht, das bedeutet, sie haben noch keinen Touristen, beziehungsweise jetzt ja schon, Richard Branson war ja theoretisch ein Tourist, der dort als erstes ins All gebracht wurde, aber insgesamt haben sie noch keinen Touristen in diesem Geschäft, was sie eigentlich dann praktizieren wollen, ins All gebracht. Als letztes machen sie natürlich noch Investitionen im Bereich Research und Development, da gab es halt dann eine Reihe verschiedener Investitionen in diverse Bereiche des Unternehmens, beispielsweise jetzt einfach mal in Produktionsstätten, Prozesse, aber auch und Partnerschaften mit anderem Unternehmen. Dann kommen wir jetzt zu den Segmenten, das hier ist das erste Segment, der Private Astronaut Market, das ist das, von dem ich eben gesprochen habe, hier oben seht ihr es auch schon, der Weltraumtourismus, und zwar wollen sie einfach den Weltraumtourismus möglich machen, dass halt Touristen sich ein Ticket in diesem Space Shuttle buchen können und dann damit ins All fliegen können und wie auch dort schon steht, ca. 600 Plätze sind bis jetzt schon reserviert und der Ticketpreis ist noch nicht ganz klar variiert, aber etwa zwischen 200.000 und 250.000 Dollar und sie haben gesagt, sie wollen jetzt in den nächsten Jahren versuchen, 400 Flüge pro Jahr pro Spaceport realisieren zu können. Was genau das bedeutet, was Spaceport bedeutet, ich schätze einfach mal, Spaceport ist eine von diesen Startstationen, die dann dort an diesem, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Flughafen, in Anführungsstrichen, stehen und wenn sie dann mehrere Spaceports haben, könnten sie dann natürlich auch dementsprechend mehrmals 400 Flüge pro Jahr realisieren. Das zweite Segment ist Microgravity Research, beziehungsweise das ist ein Segment, und dann noch Professional Astronaut Training, ich habe es hier einfach mal zusammengelegt. Microgravity Research ist einfach nur Forschungsmissionen, beziehungsweise halt auch Cargotransport dann zur ISS beispielsweise, oder ins All muss man dann auch schauen, und Professional Astronaut Training, wie der Name schon sagt, handelt sich einfach um Astronautenausbildung und Training, natürlich auf professionellem Niveau, also die trainieren da nicht ein bisschen was, sondern die werden halt ausgebildet, und damit die dann beispielsweise auch auf der ISS oder dann vielleicht später bei etwas größeren Missionen mitwirken können. Und was auch wichtig ist, sie haben bald den ersten Revenue Flug damit, also sie machen bald den ersten Flug, mit dem sie dann quasi wirklich Umsatz machen, und bei diesem Flug sollen 2 Millionen Dollar Umsatz gemacht werden, und dort sind dann anscheinend vier Plätze vorhanden, denn sie sagen, dass 500.000 Dollar pro Platz beanschlagt werden, und da das dann 2 Millionen Dollar Umsatz sind, würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es sich hier um vier Plätze handelt. Als nächstes kommen wir zu den aktuellen News, und da geht es natürlich ganz klar erstmal da um den Weltraumflug mit Chairman Richard Branson, der ja dieser jetzt halt den Space Race gewonnen hat, gegen Jeff Bezos, welcher, ich glaube, wirklich in 10 Tagen oder 11 Tagen auch hochfliegt ins Weltall, und das ist ja ganz umstritten, und alles, und was auch umstritten ist, ist das Raumschiff, oder ich nenne es jetzt einfach mal Raumschiff, das Space Shuttle von Richard Branson, die FSS oder VSS Unity, ist nur auf 86 Kilometer Höhe gestiegen, und man redet eigentlich davon, dass man erst im Weltraum ist, ab einer Grenze von 100 Kilometern über dem Erdboden, und dementsprechend wird es da vielleicht noch kleine Diskussionen geben, wer dann diese Space Race unter Milliardären gewonnen hat. Ich würde sagen, es ist nicht sonderlich wichtig. Was aber wichtig ist, ist, dass Richard Branson mit dieser ganzen Aktion natürlich ein sehr schönes Marketing-Event für seine Firma gestartet hat, und auch für die Dienstleistungen, die sie in Zukunft anbieten wollen. Was natürlich noch wichtig zu sagen ist, ist, sie haben einen Antrag auf Kapitalerhöhung gestellt, denn das Unternehmen braucht Geld, und zwar haben sie einen Antrag auf eine Kapitalerhöhung in Höhe von einer halben Milliarde Dollar gestellt. Ich würde sagen, wir kommen auch direkt mal zum Fazit des Unternehmens, und zwar habe ich hier einfach mal kurz und knackig zwei Worte zugeschrieben, es gab jetzt nicht wirklich viel, Zahlen hatten wir kaum welche, es gibt noch keinen Umsatz, sie haben noch kein operatives Geschäft gemacht, das heißt, hier ist eigentlich noch nichts gelaufen, außer dieser Marketing-Aktion mit Richard Branson jetzt, und zwar habe ich hier einfach mal aufgeschrieben, im Zukunftsmarkt, es wird sich nämlich immer mehr, denke ich, nach oben orientieren, auf unserer Erde, und zwar in Richtung Space, vielleicht in Form von Space Tourismus, aber auch, dass wirklich womöglich in den nächsten Jahren, aber das wird noch etwas dahin gehen, andere Planeten kolonialisiert werden, und damit ist das natürlich hier ein deutlicher Zukunftsmarkt, jedoch nicht für die nächsten fünf bis zehn Jahre gesehen, sondern wahrscheinlich eher für die nächsten, naja, 30, oder für die nächsten zehn bis hundert Jahre wahrscheinlich, und dann natürlich gute Marketing-Strategie, das mit dem Flug, das war natürlich eine super Marketing-Strategie, hier den Space Race zu machen, den Space Race auch noch zu gewinnen, sage ich jetzt einfach mal, und das natürlich mit der Firma, die dann auch den Weltraumtourismus wirklich anbieten möchte, ist natürlich eine super Marketing-Option, die Richard Branson hier getroffen hat, zum Fazit Contra, müssen wir natürlich ganz klar sagen, das Unternehmen hat schlechte Zahlen, sie haben noch keinen Umsatz gemacht, sie haben noch nichts gemacht, und dafür sind sie auf jeden Fall ziemlich überbewertet, denn sie sind mit fast zwölf Milliarden US-Dollar bewertet, na, obwohl wenn der Kurs heute 15% gedroppt sind, sind sie wahrscheinlich nur noch fast zehn Milliarden US-Dollar wert, aber trotzdem, das ist natürlich immer noch verdammt viel für ein Unternehmen, was eigentlich noch nichts gemacht hat, außer Forschung und Entwicklung, und jetzt mal eine Marketing-Aktion gebracht hat, wer hier einsteigen möchte, ich persönlich halte einigermaßen viel von so Space-Unternehmen, ich habe auch schon mal überlegt, in einen Space-ETF zu investieren, weil ich das sehr interessant finde, auch gerade in Bezug auf die Zukunft gedacht, jedoch denke ich, dass bei gerade diesem einzelnen Unternehmen es natürlich etwas schwierig ist, weil wir hier diese Kombinationen haben, wieder, wir haben ein amerikanisches Unternehmen, was schon jetzt in den Tod gehypt wurde, mit 10 Milliarden Markt Kapitalisierung, obwohl noch nichts da ist, und die haben halt eine geile Idee, aber die sind jetzt schon so krass überbewertet, wie wir das bei vielen Unternehmen schon gesehen haben, dass hier ein Investment zu platzieren, natürlich recht schwierig ist. Ja, ich hoffe, ich konnte euch das Unternehmen etwas näher bringen, falls ja, lasst doch gerne ein Like oder ein Abonnement da, ansonsten möchte ich euch auf jeden Fall noch sagen, dass sich unser Upload-Plan leicht geändert hat, wir wollen jetzt auf unserem Finanz-WG-Kanal nur noch zwei Aktienanalysen und ein Trading-Video die Woche hochladen, denn wir möchten euch einmal Aktienanalysen einfach bringen, weil es für viele, denke ich mal, die Arbeit erleichtert, ich meine, wir machen uns die Arbeit, machen die Aktienanalyse, und ihr könnt sie dann schauen, und in, ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt gehen wird, wahrscheinlich ungefähr 10 Minuten konsumieren, und dann möchten wir euch natürlich noch Trading-Videos darbringen, denn wir traden und handeln natürlich auch mit Aktien, und da möchten wir so ein bisschen Trades machen, dann in Zukunft auch, wir zeigen ihr jetzt schon Ideen, die mit News, Chart-Pattern und guten Firmen gekoppelt sind, und auf unserem Crypto-WG-Kanal werden wir auch etwas ändern, einfach, das liegt auch einfach daran, dass wir jetzt momentan immer mehr Projekte privat auch am Start haben, untereinander, und dementsprechend nicht mehr so viel Zeit haben, aber wir wollen hier euch natürlich den Content auch immer noch so weiter liefern. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn ja, dann wisst ihr, was zu tun ist, ich habe es eben schon gesagt, und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video die Woche, bis dann, ciao!